Das ist nice. Ähm, wir haben neue Fossilien. Ah, Chungkingonggongsaurus, Dilophosaurus, Nothingsaurus und Osmiumsaurus. Okay. M-m-m. 68%. Ich bin mal gespannt, ob das mit Neeks 001 klappt. Ja, sieht gut aus. Noch ein toter Dinosauraur. Wer ist gestorben? Ist doch gar keiner gestorben. Filthy Lies. Ja. Sag ich doch. Filthy Lies. So, wir schicken es wieder los. Äh, genau dahin, wo sie eben auch waren. Bam. Alright. Dann. Haben wir jetzt noch was zu erforschen? Ich glaube fast nicht. Ah doch, das da. Ja gut, aber da haben wir jetzt natürlich nicht die Kohle für. Warum steht hier neu, wenn hier nichts neu ist? What are they talking? It's bullshit. Okay, Driceratops. Ein Sturm nähert sich. Okay, ich muss Nagito gleich schon benennen. Wir müssen erstmal der Alarm auslösen. Schutzraum. Okay, und dann. TRC 003 ist natürlich Nagito 003. Ah. Nagito 003 und dann. Haben wir hier den X. Er ist fertig. Dino freilassen. Der könnte jetzt Bedrohlich erwirken. Na, man sieht's ihm erstmal gar nicht direkt an. Aber ich liebe das Geräusch, das er macht. Nichts 002 in der Haus. Und er steht einfach nur da rum, weiß er, was er machen soll. Dann ist er gut. ACU Helicopter. Bam. Nichts betäuben. Aber der nimmt erstmal eine Ziege. Gut. Okay, die scheint's eigentlich gerade nicht wirklich zu interessieren. Und wir haben irgendeine Forschung beendet. Struktur beschädigt. Goddammit. Ranger. Team 1. Aufgabe hinzufügen. Wo haben wir die Struktur beschädigt? Da. Komm. Solange es nur eine Beschädigung ist, ist es ja gut. Liegt er schon da? Wo ist er? Nee, da. Yes. I love it. Indeed. Okay. Dann transportieren wir den jetzt wieder in sein nixiges Gehege. Right there. Und sonst sieht eigentlich alles noch relativ gut aus. Da pimmelt das Ranger-Team rum. Und wir haben wieder neue Fossilien. Auch great. So, was haben wir denn da? Dilophosaurusaurier. Diyangosaurusaurier. Perkaufosaurusaurier. Neue Expedition, please. Because I can. Und der Sturm. Storm is over. Was denn jetzt hier? Irgendwie will er mir was damit sagen, aber ich weiß nicht was, um ehrlich zu sein. Warum steht hier neu? Kann nichts weiteres erforschen. Why are you telling me something is new in here? If there is nothing. Achso. Ich muss das erst einmal anklicken. Gut. Dafür schulde ich Ihnen was. Das finde ich gut. Was auch immer. Ich jetzt gerade getan habe. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um Ihren Gewinn zu steigern. Sorgen Sie dafür, dass vier Minuten lang nicht mehr als drei Gäste durch Fleischfresser sterben. Schön, dass die Zahl drei da drin vorkommt, weil es Ihnen nämlich vollkommen egal ist, ob jemand dabei drauf geht oder nicht. Krankheit eingedämmt. What? What happened? Why? Ah da. Die Ziege ist sick. Was machen wir jetzt? Reserve there. Ah, okay. Also jetzt mal ein Ranger-Team hinschicken. Aufgaben hinzufügen. Joink. Und wer ist sick? Wer ist sick? Ne, Krankheit ist eingedämmt. Keine Ahnung. Das ging ja jetzt mehr oder weniger automatisch. Weil nobody is sick in here. Da hängt ja wieder den Yikes vom Heli. Was wir nicht kontrollieren können und was wir bei diesen Kreaturen akzeptieren müssen. Manche haben einen Jagdtrieb. Jo, ach was. Ach, was. Ah, der ist krank. Ich dachte es mir schon. Gut. Aufgabe hinzufügen. Yikes behandeln. Alright. Gut, dass es anzeigt, wenn die Futterstationen leer sind. Finde ich hervorragend. Ich denke, das hier läuft auch noch auf der Expeditionskarte. Natürlich. Okay. Und vor allem. Holt mal bitte Nix. Und heilt den. Sofort. Der sieht nicht gesund aus. Minium. Neue Forschung. Ich glaube, der zeigt es immer noch an. So. Und zwar müssen wir da erstmal drüber gehen. Und jetzt sollte es nicht mehr angezeigt werden, oder? Doch. Ah, weil ich es noch nicht erforscht habe. Well, well, well. Nun gut. Was haben wir hier? Hyangololsaurus. Extract. Some. Und dann? Die Lophosaurier. Ich will die Lophosaurier. Ja. Unbedingt. Die Lophosaurier. Es gibt keine Campiolobacterienquellen mehr. Gut. Okay. Jetzt haben wir auch genug Geld. Jetzt können... Schluck auf. So. Jetzt können wir die Dinge hier machen. Die bieten Komfort und Sicherheit. Und sorgen für atemberaubende Ausblicke. Erforschen. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay. Bling. Das haben wir auch gleich erledigt. Auch nice. Ich glaube, wir haben so viele Gäste hier. Das ist ja eigentlich schon fast nicht mehr feierlich. Gut. Da oben können wir definitiv zumindest mal da nichts mehr bauen. Nichts mehr bauen. Ähm. Kartey. Ja. Hier geht es durch. Da können wir also auf jeden Fall was raushauen. T-Rex. Das wäre nice. Aber not gonna happen, I guess. Wir können aber versuchen, hier hinten auch ein Hotel hinzusmachen. Let's try that. Vielleicht passt's ja. Könnte sogar passen. Ja. Verbaut. Nothing. Guck. Nothing ist verbaut. Da würde ich mich sogar im Hotel relativ sicher fühlen, um ehrlich zu sein. Okay. Okay. G. W. G. Können wir den da dran vorbei? Nee, dann müssen wir da dran vorbei. Okay. Ach nee, das klappt nicht. Da hab ich mir schon gedacht. Ach, das ist so ein Scheißweg. Tschüss mal. So. Okay. Nee, komm. Wir machen das hier mit den Upgrades. Auf jeden Fall. Klar. Dass wir die Wege auch etwas verschönern können. So. Das Hotel bringt jetzt auf jeden Fall noch was. Wie sieht's denn mit dem Strom aus? Und genutzt der Strom 31. Ist das generell so oder betrifft das nur das eine Kraftwerk? Ähm. Warte mal. Nee. Guck mal. 0,0. Also wir haben noch 31 Strom über. Ja, da musst du ja was anderes einfallen lassen. Nix. Auf jeden Fall. Expedition abgeschlossen. So. Die Lophosaurier. Die Wissenschaftsabteilung bedankt sich. Ich ebenfalls. Gut. Dafür, dass keiner gestorben ist, bedankt sich. Ich find's toll. Wie viele Quests haben wir denn? Aufträge. Entschuldigung. Mehr Auftrag. Komm. Hey, damit. Und zwar. Warte mal. Abbrechen. Super. Zurück. Denn. Ah. Meh. Nichtsicher. Ja, komm. Wir holen von ihr noch einen Auftrag. Ich möchte den Auftrag annehmen. Was impliziert, dass sie das auch wollen. Okay. Richtig. Ja, beste Elektriker. Auf jeden Fall. 31 Strom. Akzeptieren. Ich werde heute Abend auf jeden Fall auch elektrisch tätig werden. Elektriker Tätigkeiten. Und schön, dass du das gerade erwähnst. Ja. Ich sag heute Abend auch. Wir haben noch 31 Strom über. Da geht noch was. Führen Sie eine erfolgreiche Expedition nach Skollard-Formation durch. Okay. Can do. Can do. Can do. sogar, glaube ich, jetzt direkt, ne? Ah. Verklickt. Weil. Die sind nicht unterwegs. Genau. Skollard-Formation. Die war da irgendwo. Wo ist sie? Skollard. Ankylosaurus. Alles klar. So, was geht ab? Was geht ab? Orte. Gyrosphären-Attraktion. Das wäre nice. Die Gyrosphären-Attraktion im Jurassic World Park. Im Jurassic World Park. Das liest sich gerade voll komisch. Erlaubt es den Gästen, sich inmitten von Dinosauriern, darunter etwa Apatosaurus, Paralosaurus und Stegosaurus zu bewegen. Man fuhr mit geringem Tempo, hat aber aufgrund der gepanzerten Glaskuppel eine exzellente Aussicht. Ein an Bord befindlicher Computer versorgte die Insassen mit Infos zu den Dinosauriern in der Nähe und hatte eine eingebaute Sicherheitseinrichtung, um da eine gewisse Mindestinstanz zu den Tieren aufrecht zu erhalten. Ja, genau. So wird es ausgehen, die X-Original. Ja. Also hier würde ich gerne natürlich mit den Dingern durchfahren, wenn wir die denn erforschen können. Das ist aber nicht der Fall. Momentan zumindest noch nicht. Die hätte ich gerne. Aber ich denke, das wird nicht passieren. Not gonna happen. Indeed. So, dann, ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Ankylosaurus. Gainome. Gnome. Da kommen wir, drei Sterne. Isla Takano wird mit drei Sternen freigeschaltet. Soon. Soon. Und dann können wir nochmal den anderen Park fertig machen. Aber zuerst werden wir hier auf jeden Fall nochmal versuchen, alle Dinosaurier jetzt schon mal auf 100% Genom-Power zu bringen. Power up, sozusagen. Moment. In-Gen-Datenbank. Da. Und zwar Dinos. Ach, das sehen wir da nicht. Es ist wieder einfach nur great. Dann sehen wir es halt wieder nur hier. Dino ausbrüten. So, 100%. So. Und die anderen. Ja, es wird langsam. Korritosaurier. Sollten wir uns noch ein bisschen drum kümmern. Auch Velociraptoren. Bevor wieder noch mehr Zeug stirbt. Das wäre uncool. Das heißt, wir kümmern uns jetzt indeed um mehr Expedition. Komm. Komm. Sat. Ex. Zitre. Ah, guck mal. Der zeigt mir aber tatsächlich die Koordinaten hier an. Pseudo-Koordinaten. Aber er tut's. Nordamerika. Europa. Afrika. Nothing. Das Land kennt dann nicht, hä? Okay. Fertig. Jawohl. Gehen zurück. Das kann jetzt so lange dauern. There they are. Und dann machen wir direkt hier nochmal weiter. So. Und Ankylosaurier. Great. Und great. Ja, das ist genau, was wir brauchen. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. Klar, Alde. What else? Rufbelohnung. Gutstättenkapazität erhöht. Well, thanks. Einschienenbahntransport ist einschienenbaren Monorail. Monorail, Monorail. Um es mal mit Planet Coastie zu sagen. Monorail ist abgeschlossen. Natürlich echt die Frage, Monorails ist das überhaupt? Ja, die können jetzt hier quer durch den Park heizen. Das ist natürlich nice. Könnten wir also tun. Hier ist nämlich auch so Monorail. Oder? Im Ankunftsort. Ne, es geht Monorail. Ah, guck mal. Da ist es Jurassic World. Isla Muerta. Tor. Wie cool ist das? Gar nicht gesehen. Jurassic World. Isla. Muerta. Matos. Muerta. Whatever. Whatever. Keine neuen Forschungen, würde ich jetzt mal behaupten. Da ist eins neu. Aber da geht nichts. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auf mir zu erzählen, du willst was Neues, wenn ich es nicht erforschen kann. So sieht es aus. Okay. Expedition läuft. Das lief auch. Du hast Velogehege. Das wäre krank, Mann. Sehr krank. Sau krank. Dino ausbrüten. Monorail. So, Edmontosaurier haben wir im Park, ne? Was haben wir denn nicht? Die Lofosaurier. Ich baue den mal ein. Ich baue den mal ein. Den Dilophosauriern. Wo dilophonen wir die denn Saurier mäßig hin? Könnten sie sogar da drin lassen. Rein theoretisch, aber dann können wir nichts mehr, nichts mehr klar machen. Die Lofosaurier. Monorail? Nicht wirklich. Okay. Ankylosaurier. Wir haben. Wir haben. Verkaufen. Ich hätte gerne noch mehr genommen. Für die Bobbys. Da. Die Lofosaurier. Alright. Und wir können natürlich noch einen neuen Auftrag annehmen. Sicherheit bevorzugt. Oder wir warten einfach, wie es wieder hier rüber kommt. Weil. Missionen. Steigern sie den Sicherheitsruf. Schließen sie die Missionen-Sicherheitsprotokolle auf Isla Matanzeros ab. Ein neuer Auftrag kam gerade rein. Machbar sage ich. Von ihnen. Erhöhen sie ihre Gastanzahl auf insgesamt 2100. Okay. Akzeptieren. www.darkpost.com Ich sage dir. Oder soll? Ich sage dir.